Alles! Fuck! Scheiße! Wir kommen, der kommt! Tschüss Elifandi! Hier ist Räufe! Er ist gerade nicht! Nein! Wo ist denn der jetzt? Oh! Ausrestert! Ach fuck man! Jetzt hat die den Kanister auch gejagt! Jetzt lege mich ja ruhig! Warte mal, ich hab da was gefunden! Ich hab was gefunden! Ich hab was gefunden! Kann er hier! Ich hab mich hier reingeglitcht! Oh fuck! 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 Ach scheiße! Fuck! Die Sache ist einfach die! Das Problem ist, dass dieser scheiß Elefant einmal reinbombt und dann bist du weg! vorhin hab ich das richtig gut getroffen! Vorhin hab ich das richtig gut getroffen! Hä? Was? Warum? Warte! Oh shit! Oh shit! Das war nicht meine Absicht! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ouh! Tricks, Dankeschön für deinen Follower. Mein Gott, nein. Jetzt habe ich sie noch voll verschissen. Ah, nein. Das ist doch nicht wahr. Mist, Ding. Das ist mega useless. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht so, aber trotzdem gelootet. Okay. Oh, scheiße. Ah, shit, Mann. Ich bin so tot. Der Elefant wackelt mich kaputt. Ja, komm. Fuck you. Schüt' mich. Komm. Schüt' mich. Danke. Okay. Ich muss das nochmal anders machen. Mit der Harpune. Erst reinlunzen. Und dann, ähm, den Verwüster. So. So. Tschüss. Ich bin schon mal tot. Der Tod ist die schwerste Lektion. Okay, dann machen wir den da oben auch noch schnell weg. Der Elefant ist noch nicht in der Abendbereitschaft. Nichts bemerkt. Nichts bemerkt. Er hat noch nichts bemerkt. Oh. Ruhigt sich gleich wieder? Nö, 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 nö. Das waren jetzt schon mal ein paar Schüsse. Geh mal den Vogel nochmal. Jetzt ist er so eine Kapsel. Okay, okay. So, jetzt machen wir das nochmal mit schnell Dings. Du, 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 du. So, probieren wir uns dann schnell mal die Verwüsterkanone. Und let's go. So. Eigentlich hätte der jetzt locker... Locker, Flock. Ich würde das Damage nehmen. Bitch. Ich würde das nicht sagen. So, schon. Einmal. Oh shit, er schießt. Scheiße. Ah shit. Jetzt schießt du die ganze Zeit auf mich, oder was? Uiuiui. Wenn wir einfach was in den Eltenring gelernt haben, dann ist das dort schon. Scheiße, warum loote ich denn? Ich weiß, dass wir jetzt schon. Ich habe eine Foyne zum Explodieren gebracht. Wie habe ich das hingemacht? Wie habe ich das gemacht? Wie habe ich das gemacht vorhin? Die sind immer kein Problem, ne? So, jetzt pass auf. Ich sollte was anderes nehmen als Feuer. Stealer, Stoßzahn, Munitionsdommel, Zünder. Erstmal Kanone, Salvenkanone. Abnehmbar. So ein Kapsel. Unten, ne? Okay, Hammer. Guck mal. Guck mal das. Hier schießt du auf mich? Irgendwer hat auf mich geschossen. Ich weiß noch nicht, von wo. Ach, hier. Tschüss, 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 tschüss. Und tschüss. So. Wo ist Elefanti? Der macht da vorne Chaos. Und die macht vorne Chaos. Das ist egal. Dann kann er uns ja erstmal gestohlen bleiben. Wenn er jetzt nicht weiß, wo ich bin, ist das alles gut. Wird sich ja auch gleich wieder ein bisschen beruhigen. Ja, ich weiß. Ich habe auch Zahlen. Alter. Wir müssen sie töten. Ah, danke. Das hat mich getaufen, leider. Der Elefant war so hart nervig. Ja, ich seh das schon. Schon mein Trittertry. Ich farsch. Oh fuck, wo kommst du denn jetzt hier? Ich muss mal schnell weiter herstellen. Ich bin voll dabei, dass wir einzufrieden. Ich bin voll dabei. Ich bin voll dabei. Ja. Der Elefant weiß gerade gar nicht, wo die Schüsse herkommen, Gott sei Dank. Ich hab ihn doch da eben eingefahren. Oh, er steht da drum. Oi, oi, oi. Schön aufs Auge. Oh, mehr. Oh, Drecksau. Hey, hab ich dich. Oh, scheiße. Hey. Oh. Oh, scheiße. Alter. Oh, Alter. Ui, jetzt. Alter, er hätte mich fast gelünscht, ne? Er hätte mich fast gelünscht noch. Scheiße. So. Loot, loot, loot. Loot, 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 loot. He, he, he. He, he. He, he. He, he. Ja, haben wir noch. Schauen wir mal, ob man das Ding in die Luft jahren kann. So. Und jetzt? Na, komm schon. Jetzt! Das wird nicht funktionieren. Na, was für ein Anblick. Zwei Kinderspielen belagert. Hoffentlich tun sie dem Bollwerk nicht weh. Kommt schon, macht euch nicht noch mehr zum Narren. Und lasst den armen Berg in Ruhe. Das ist deine letzte Chance, Dekote. Noch kannst du Hecaro Folge leisten. Das ist deine letzte Chance. Du verwechselst das. Verschwinde von hier, Wilde, sofort. Und nimm diesen Krüppel mit. Ah. Was hast du getan? Keine Mauer zum Verstecken mehr, Datekote. Jetzt musst du zu Hecaro. Niemals. Niemals, wir. Wir bauen sie wieder auf. Und zwar sofort. Ihr seid nicht sicher. Das Bollwerk hütt nicht mal gegen eine einzelne Kanone. Geschweige denn gegen eine Armee aus Maschinen. Nur gemeinsam mit eurem Häuptling werdet ihr vor Regaler in Sicherheit sein. Du sagtest, keine Kämpfer würden geschickt. Solange der Clan sicher sei, hinter dem Bollwerk. Also entsende sie jetzt. Oder ist dein Wort gar nichts wert? Schickt sie. Ich kann dich nicht hören. Schickt die Kämpfer! Ich freue mich auf die Farben des Himmelsclans in der Arena. Gut gemacht, Marschall. Was wird jetzt aus diesem Ort? Sie werden umlassen. Doch das ist besser, als fern vom Stamm zu leben. Als Schachfiguren für Tecotes Pläne. Aber wenn du nach ihm sehen willst, sprich mit Gerra, der Kaplan des Clans. Falls dort jemand Hilfe braucht, weiß sie es. Ja, das... Mach ich vielleicht. Dann gehe ich jetzt. Erstatte Bericht bei Hecaro. Nur mit Ketchup oder was? Begebt sich zum Gedankenhain. Dann... Hab ich hier das Lagerfeuer. Ne Reisepaket. Kosten bezahlen. Supi. 19. Wir können erst mal skillen schnell. Okay. Meine Jägerin jetzt voll hier. Die Kohlhut sollte bald beginnen. Im Anschluss sollte ich in die Kammer unter Hikaros Thron kommen. Und an Äther. Nein, nein, komm schon. Du hast mehr als das abgespielt. Also. Du hast eine Aufnahme der alten Welt? Diese Kiste spricht mit den Stimmen der Alten. Aber jetzt ist da vor allem Lärm. Ich seh's mir mal an. Woher hast du das? Wir haben sie von einer Oseram-Stöberin. Sie wollte sie und andere Artefakte aus dem Tenaktgebiet stehlen. Die anderen wollten sie mit ihr im Sand begraben. Aber dann habe ich die Stimmen gehört. Tja, die Daten hier sind schwer beschädigt, aber... Delta Juliet 9, Feuer frei zum Angriff auf den Schwarm. Weitmann's Halt. Verstanden. Wir besorgen Zero Dawn die nötige Zeit. Delta Juliet 9, Ende. Die Stimmen der Krieger aus der Vergangenheit. Und diese Oseram wollte sie für Scherben verkaufen. Die Tapferkeit der Zehn darf nicht vergessen werden. Ich bin nicht sicher, was du mit den Zehn meinst. Diese Stimmen kamen aus den Schlacht der Alten. Noch eine Schlacht? Ich könnte mehr darüber erfahren, wenn ich die anderen Kisten finde. Diese Stöberin sagte, dass es in den Trümmern alter Flugmaschinen weitere Aufnahmen geben könnte. Sie sagt, sie wüsste, wie man sie findet. Ja. Die Kiste mit den Stimmdaten sendet ein Ortungssignal aus. Damit könnte ich die anderen finden. Wenn du das schaffst, bring sie wieder her. Ich sorge dafür, dass sie mit Respekt behandelt werden. Welche Opfer diese alten Soldaten auch gebracht haben. Wir werden sie würdigen. Lass mich wissen, wenn du eine loswerden möchtest. Ja, hab ich keine? Gibt es viele Oseram-Stöberer im Tenak-Gebiet? Immer weniger, wenn wir sie erwischen. Aber diese diebischen Ratten tun einfach alles für Scherben. Es kommen immer wieder einige, trotz des Risikos. Und was macht ihr mit...